Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 und weiter geht es und ja lasst gerne mal Feedback da wie ihr das soweit fandet also die Story und so würde mich mal interessieren. Ja ansonsten schaut euch sonst auch unten in der Playlist da findet ihr auf jeden Fall auch zu den anderen Parts. Ich finde es auf jeden Fall macht eigentlich Laune mal wieder Storm zu spielen und natürlich auch von der Story so gesehen auch hier was zu erfahren hier im Spiel. Auch wenn ich jetzt währenddessen in den Anime schaue, finde ich es trotzdem sehr interessant und auch sehr sehr gut inszeniert hier in diesem Spiel. Muss man auf jeden Fall an dieser Stelle sagen. Und ja, fangen wir auf jeden Fall an mit gebrülltes Zehenschwänzigen. Los geht's! Ich hab's nicht genau, wie er es ist, was ich hier gesehen habe. Ich hab's nicht gehört, wie er das ist. Aber ich kann keine Zeit, was er das ist, dass ich, was ich nie dir probier, habe ich überall gesagt. Ich bin ja, wie er das ist, dass er die Mal wieder schaut. Das ist ein eigenes Energie, der sich in der Welt verabschiedet hat. Ich wollte sie nicht mehr zurückkehren, aber ich kann es nicht mehr schlafen. Hey, ich habe mich überrascht. Malto, ich habe mich überrascht. Ok. Erstens. Mal sehen, dass die Ausflug von dieser Ausflug. Mit dem Ausflug. Und mit dem Ausflug. Und mit der größeren Ausflug. Los geht's! Kuriyamas Angriffe richten sich auf erfasste Ziele Indem du rechten Stick bewegst, kannst du die erfassten Ziele wechseln Wechsel die Ziele, um die Augen des Sehnschwänzigen zu zerstören Okay Verteilte Bijudamas Du, 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 der geteilte Bijudamas loszulassen, damit auf den Schlag mehrere Ziele treffen Wenn du dabei Viereck gedrückt hältst, nimmt die Zahl deiner erfassten Ziele zu So, du, 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 du aufs Core nehmen Okay Aha Aha, so Streuschaden Haben sich mal was einfallen lassen Au Wir können jetzt halt in den Anführer auch wechseln, können auch hier jetzt das andere nehmen, aber wir lassen das mal so, ich versuche das einfach mal so Ach, das war doch Link gerade, oder? Uiuiuiuiui Uiuiuiuiui. Es kommen sogar zwei jetzt. Feuerwerk, hehehe aber wir sind recht flink so jetzt können wir ordentlich Schaden machen voll im Auge Kurihama ist saustark Eieieiei Eieieiei Wieder neue Tricks bestimmt jetzt drauf Au Uuuuuh Uuuuuh Da kommt wieder sein Superstrahl Uuuuuh 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 Geh mal weg Uuuuuh 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 Die braust du nicht deine Augen Weg damit Hau Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Uuuuuuuh Uuuuuh Uuuuuh Oh, gerade hatte ich nicht gar die Chance gehabt. Oh, ah, kacke. Oh, weg da, weg da, weg da. Schon wieder? Oh. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Zack. Na komm. Jetzt kriegst du noch den Rest. Mal schnell draufhauen, schnell. Komm, 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 komm. Da geht noch mehr. Na, wie sieht's aus? Oh, müssen wir in den Stellen kommen. Wow, nice. Der ist richtig sauer gerade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, shit. Shit, 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 shit. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Oh nein Uiuiui Wahnsinn Ich muss mal kurz Mist, ich kann jetzt in die Stadt rücken Perfekter Timing, ehrlich Ah doch Touchen muss ich drücken Warte kurz, ich muss mein Headset anschließen Es geht mir grad auf den Sank, wenn ich den piepe In dem Moment, wenn dein Headset piept Oh man So Aber das nervt schon irgendwie dann So Und nochmal Eieiei Ist das Hammer ey Wie das abgeht Oh das ist interessant Oh Oh We zoatist Was ist das Oh 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 Das war's für heute. Genial. Alle Elementen Feuer, Erde, Wasser, Wind Die ganzen Dörfern Nice Die da alle hinterherknallen Das ist die Macht der Streitkräfte Wahnsinn Wow Wenn das nicht Das ist ja richtig episch gemacht Nice Schmuck Schau mal Schmuck Scheisse Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was du zu denken. Das ist das, was du zu denken. Aber jetzt kommt es nicht weg. Was ist das? Das ist, was du zu tun, bis zu einer Schlussfolgerung. Du bist alle mit den Stadtrande. Wenn alle � Kennen? Alconscious! Das war's für heute. Ich bin sehr gut. Das war's für heute. Hynata-Sama ist für dich, wenn du für dich bist. Deswegen ist dein Leben nicht nur für dich. Ich habe mein Leben auch für dich. Warum? 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 Was ist das so? Warum... ... mich... ... du... ... du... ... du... ... du... ... du... Neji! Neji Nixiaa! Nixiaas! Nezi! Gommt! Nixiaas! Hush! ... Quier que du zu denen? Nixiaas... ... der da raus wird.. Das Ding sieht blöd aus. 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 Das ist auch ich. Ich bin hier! Ich bin hier! Taka-Sensei! Das ist das, was ich. Boah, also das war jetzt ehrlich eine lange Cutscene, aber auf jeden Fall echt interessant. Unterschiedliche Pfade. Oh, bis zu 75 Augen hätte man noch zerstören müssen. Kein Faktor aktiviert. Oh, da hätten wir auf jeden Fall noch mehr Augen zerstören müssen. Naja, auf jeden Fall, ja, egal, werde ich sowieso den nächsten Mal nochmal abschließen. Ist ja klar, ich will ja das alles ja noch so weitgehend immer, ja, voll abschließen. Das habe ich ja bei den anderen Storm-Teiler ja auch gemacht. Ich habe erstmal nur mal blind gespielt gehabt, so wie jetzt hier mit Let's Play. Und ich habe ja auch früher so Let's Play gehabt. Und ja, man sieht auch so, wie lange man dafür gebraucht hat. Naja, wollen wir auf jeden Fall im nächsten Part mal sehen, wie es da weitergeht mit Vorschau auf das nächste Kapitel. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ich auch. Und das war auf jeden Fall echt hammermäßig cool. Und ich freue mich irgendwann nochmal, das alles doch so weit auch abzuschließen mit den S-Ringen und so weiteres mal gucken. Da werde ich auch auf jeden Fall mich irgendwann befassen, wenn wir, wenn ich das jetzt mal hier so weit abgeschlossen habe mit der Story als Blind. Wir werden ja jetzt erstmal genießen die Story und hinterher kann man halt die ganzen anderen Sachen ja noch machen, denn läuft ja nicht davon. Also, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaut euch auch gerne die anderen Parts an oder auch meine anderen Projekte. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Jigatobi und haut rein! Bis zum nächsten Mal! 2 3 5 6 7 10